Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Montag, dem 6. März. Guten Morgen bei der 68. Ausgabe des Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier. Ich darf euch die Woche durchbegleiten mit den neuesten Technik-News. Heute zum Start der Woche habe ich 10 Themen für euch vorbereitet. Wir sprechen über Spotify, AMD, Ryzen, Amazon, Facebook, Microsofts Aerolauncher, das Mi Mix 2, Mietfahrräder in Berlin und Pokémon Go. Wir starten mit Spotify. Das ist nur eine kleine Erfolgsmeldung zum Start. Spotify hat am Wochenende bekannt gegeben, mittlerweile 50 Millionen zahlende User zu haben. Im September letzten Jahres waren es noch 40 Millionen zahlende User. Das heißt, bei Spotify ist großes Wachstum angesagt. Ganz anders aus anscheinend befürchtet zum Start von Apple Music kann Spotify also weiterhin zulegen. Die hatten letztes Jahr im Dezember 20 Millionen zahlende Abonnenten, liegen also deutlich hinter Spotify. Ja, insofern ganz gute Zahlen für Spotify, auch wenn der Konzern leider nach wie vor keinen Gewinn schreiben kann. Wir kommen zu AMD. AMD hat letzte Woche, Ende der Woche, endlich neue Prozessoren vorgestellt. Die lang erwarteten Ryzen-Prozessoren. Ja, nur leider, die ersten Testergebnisse waren mehr oder minder ein bisschen durchwachsen, während der Prozessor bei normalen Aufgaben der wesentlich teureren Konkurrenz durchaus mithalten kann. Im Endeffekt kostet so ein Prozessor so mal gut schnell nur die Hälfte von einem Intel-Chip. Ist gerade bei der Spiele-Performance die ganze Leistung eher etwas durchwachsen. Die 8-Kerner schneiden dementsprechend gerade in dem Bereich bei Tests relativ schlecht ab. Dementsprechend hat auch die Aktie von AMD deutlich nachgegeben und hat nicht wie erwartet eigentlich zugelegt. Dennoch möchte man das verbessern. AMD hat schon gekannt gegeben, es wird dieses Jahr auch noch neben dem 8-Kerner 4-Kerner und 6-Kerner geben. Da soll dann die Spieleleistung besser sein. Abgesehen davon muss man ja noch abwarten, bis die Spiele entsprechend für diese Prozessoren optimiert sind. Das ist auch bei Intel und bei den ganzen Grafikkarten dann, die dazugehören so. Dementsprechend noch nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Könnte durchaus auch sein, dass der Ryzen die entsprechende Spiele-Plattform quasi bieten könnte. Wir kommen zu zwei News von Amazon. Auf der einen Seite gibt es Gerüchte, dass Amazon vielleicht eine Security-Heim-Kamera vorstellen könnte. Es sind ein paar Bilder im Netz aufgetaucht, zeigen so eine kleine Kamera. Und die soll dann wahrscheinlich auch Echo integriert bekommen, da diese Bilder auch zwei Löcher für Mikrofone aufweisen. Jetzt muss man natürlich sagen, naja, Security-Kamera sind Löcher für Mikrofone. Das gibt es ja schon. Das muss ja nicht gleich ein Hinweis auf Echo sein, beziehungsweise auf Alexa sein. Auf der anderen Seite wäre es natürlich eine naheliegende Sache. Warum denn nicht? Ich denke, dass Alexa in wesentlich mehr Dienste Einzug erhalten wird. Mal schauen, ob es dann tatsächlich so sein wird. Und gerade eine Kamera im Indoor-Bereich könnte ich mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen. Amazon nochmal, diesmal aber mit einer eher negativen News. Letzte Woche sind ja einige Teile von Amazons Web-Service ausgefallen. Dementsprechend waren, ja, mehr oder weniger große Teile des Internets nicht erreichbar. Daher sehr, sehr viele Firmen bei Amazon direkt ihre Services hosten. Amazon hat mittlerweile bekannt gegeben, dass ein menschlicher Fehler dafür schuld war daran. Also kein Hackerangriff oder sowas, was man zuerst zumutet hatte, sondern im Endeffekt nur der Fehler eines Mitarbeiters. Das Problem im Endeffekt war, dass der mehr oder minder Server außer Dienst stellen sollte zur Wartung und aufgrund einer Fehleingabe deutlich mehr Server außer Dienst gestellt hat, als das zuerst vorgesehen war. Wir kommen zu Facebook. Facebook testet aktuell in der iOS-App offensichtlich neue Features. Das neue Feature nennt sich City Guides. Und mit dem soll es im Endeffekt möglich sein, auf Rückgriff quasi auf eure Location und auf eure Freundesliste einerseits zu zeigen, wo sich eure Freunde gerade so auf Veranstaltungen quasi herumtreiben. Andererseits will man euch so aber auch populäre Sehenswürdigkeiten der Stadt, Restaurants und eben Veranstaltungen präsentieren. Ich hatte da am Samstag schon so ein bisschen eine Begegnung der dritten Art unter Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob das auch Teil dieser App oder dieses Tests ist. Mir wurde plötzlich vorgeschlagen, ja, hier in der Nähe gibst du übrigens 20 WLAN-Hotspots, wenn du dich einloggen magst. Spannende Sache. Vielleicht ist das auch ein Teil dessen, aber mir ist das bisher noch nicht aufgefallen. Hinfalls, ja, wieso nicht? Stichwort Facebook nochmal. Wir sind bei den normalen Facebook im Internet quasi und bei den Reactions, die gibt es mittlerweile seit einem Jahr. Und jetzt kam raus, dass Facebook die auch im Messenger einsetzen mag. Das soll nun so ähnlich wie bei Apple's iMessage laufen. Das heißt, dass ich diese Reactions direkt auf andere Nachrichten quasi posten kann. Grundsätzlich eine gute Idee, funktioniert bei anderen Messengern auch gut. Facebook-Reactions sind ja auch sehr weit verbreitet. Warum nicht auch im Messenger? Eigentlich ein Wunder, dass das nicht von Hause schon so war. Wir kommen kurz zu Microsoft, aber nicht zu Microsoft an ihren eigenen Apps oder auf ihrer eigenen Plattform, sondern zu Microsoft Apps auf Android. Auf Android kann man ja eigene Launcher installieren, so quasi das ganze Aussehen ändern. Und ich glaube, ein relativ beliebter Launcher, auch Martin und ich verwenden, den ist der Arrow Launcher von Microsoft eben. Und der erschien jetzt in Version 3.0. Das Ganze soll wesentlich schneller sein, Apps sollen um 10% schneller laden, Seiten und Animationen um ganze 20% und der Launcher dabei 15% batteriesparender sein. Durchaus Verbesserungen, die nicht so schlecht sind. Gerade auf älteren Smartphones macht mir der Arrow Launcher immer wieder mal Probleme, auch wenn ich ihn sonst eben sehr, sehr gerne einsetze. Wir kommen zu einem kleinen Ausblick, bleiben wir wieder bei Android mehr oder minder. Xiaomi will ein Mi Mix 2 vorstellen. Das ist dieses nahezu randlose Handy, ich hatte das letzte Woche mal kurz in der Hand. Schwieriges Gerät, aber das mal an einer anderen Stelle. Zum Mi Mix 2, das soll dann einen Fingerprint sein zu haben, der unter dem Display liegt. Etwas, was man ja auch quasi dem neuen iPhone nachsagt. Wir kommen zu einem kleinen Lokalthema, und zwar Mietfahrräder in Berlin. Dort hat die Deutsche Bahn das Call-A-Bike-Angebot hier eingestellt, zugunsten des Lidl-Bike-Angebots. Eben ein gesponsertes Angebot, wo der Lebensmittelkette Lidl einspringt. Das ist jetzt am Wochenende offiziell gestartet, klingt durchaus interessant. Im Endeffekt können die Fahrräder innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings an 350 Rückgabezonen zurückgegeben werden. Und auf der anderen Seite muss das aber nicht so sein. Man kann sie auch irgendwie einfach sonst wo abstellen, bekommt dann aber keine 50 Cent Gutschrift. Diese würde man bekommen, wenn man sie in einer Rückgabezone abgibt. Zuletzt kommen wir zu Nintendo und zu Pokémon Go. Da gibt es jetzt die ersten Infos über das kommende Update. Da soll es vor allem Updates im Bereich des Arena-Systems geben. Vor allem offensichtlich so ein bisschen Richtung Kooperation und Planung von Arena-Angriffen. Gerade da hat Pokémon Go eigentlich de facto nichts zu bieten. Man möchte sich da ein bisschen auf die Vorlage quasi zurückziehen, das alte Spiel von Niantic. Und hier eben schauen, dass man sowas auch bieten könnte. Außerdem soll es dann eben bald die ersten limitierten Pokémon geben. Das war es mit meinen 10 News. Es war ja ein ruhiges Wochenende, was vielleicht auf der anderen Seite an einer anderen Nintendo-News liegt. Am Freitag wurde Nintendo Switch veröffentlicht, auch ich habe eine bekommen. Ich mag an dieser Stelle auf den Testbericht im Pokipsen-Network verweisen. Ich werde ihn auch verlinken. Falls ihr mal reinlesen möchtet, wir haben ja schon einen ausführlichen Testbericht eben in unserem Blog quasi. Ja, bleibt mir zum Abschluss nichts anderes, als euch einen schönen Montag zu wünschen. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.